Die Stadt ist in der Stadt, die wir in der Stadt haben. Die Stadt ist in der Stadt, die wir in der Stadt haben. Keine zehn Minuten in der Stadt und ich bin schon halb verloren gegangen. Ja, Futter, Futter. Besser sind sie im Hintergrund. Rate diese Experience? 9,5 von 10. 9,5 und warum nicht 10? Wenn? Weil die sowieso sitzen muss mit dem Babushka-Ding. Ich habe mein Essen noch nicht essen können. Ich esse mir zwei Löffel. Okay, also eigentlich voll romantisch. Und dann kommt die Livia. Livia, was sagst du dazu? Ich habe zwei Löffel. Wie soll ich es schneiden? Ich kann es so auf meine Häppchen machen und dann... Ich möchte einfach hier in peace, Leute. Oh, das ist frei, wir können jetzt schauen, was ist da hinten. Man kann sogar sagen, was ist da hinten. Es sieht lustig aus. Oh, es geht wieder auf. Das ist das, was in front of uns ist. Obviamente, wir haben gesagt, okay, das wird in front of unseren Nosen explodiert. Aber es ist falsch. Oh, das geht immer. Wie ein Sandsturm hier. Wie ein Sandsturm. Wie viele���er sind. Otto war es echt? Da seid ihr nicht? Der Heuchert, Erich, nonetheless nur mehr. Wow! Ist es safer, babe? Ist es safer, babe? Ist es... Emino! Explain to us in English where are we right now? Where are we? Explain to us in English Steil! Emino! Schau! Oh, I don't know what to do Oh, I should Clingy 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 ist besser Du hast ja eine Trotteln, ja? Du hast ja eine Trotteln, ja? Aber ehrlich Es ist nicht kalt Clingy, ja? Clingy, ja? Clingy 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 Du hast ja U Ein Wieso? Und Du hast ja Geil Du hast ja Du hast ja Läht Du hast ja Musik Die erste Tag war ein bisschen... Wir haben fast verloren. Heute konnten wir nicht mehr Geld finden. Das ist toll. Und nicht zu finden, was uns zu verletzten. Und uns zu verletzten. Wir lieben das. Bitte noch einen Twist. Philipp Slave. Slave. Da kommt Sevis Big Booty raus. Severin. Philipp. Ich komme gleich zum Punkt. Einer von euch... Wie wer bist du? Ich komme nicht zu. Sie müssen sich alle zusammenreißen. Dein Shooting war diese Woche leider nicht ausreichend. Deshalb muss ich dir mitteilen, dass ich heute leider kein Foto für dich habe. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Was? Wir gehen jetzt mit den schön an. Das habe ich jetzt schön oben. Wir gehen jetzt wieder. Wir gehen jetzt weiter. Wir gehen jetzt weiter. Musik Musik Man hat mit dem Ruf zu machen er hat das schön hingelegt von den Zahnbürsten und dann weiß ich es nicht Das war schon ein bisschen ückellos. Der ist zu gut so nett. Ich kann da nichts mehr essen im Zimmer. Damit ist Mamp direkt. Danke, David. Was ist das, Philipp? Margarita mit Schiebel. Simon! Gib her! Hast du es? Ich kotze gleich vor. Sasche! Da ist noch Wasser drin. Danke. So, hier sind wir in der 7-C-Klasse, mit einer typischen Spanien. Hier haben wir Queso Frito. Die typische Spanien. Hier. Und ein Mousse von Agacat. Was würdest du diese Erfahrung? 7.5 aus 10. Warum so low? Um, ich weiß nicht. Ich würde sagen, 9.5 aus 10. Ich würde sagen, 9.5 aus 10. Es ist unglaublich. Ich liebe Churros. Und das ist so cool. 10.5 aus 11. Und das ist so cool. Und das ist so cool. Und das ist so cool. So glücklich in die Kälte rauszugeben.